Was haben die Jugend des TSV Achim, die U17 des SV Weyhe und die U19 vom TSV Havelsee gemeinsam? Richtig, sie waren alles Station in der Karriere, in der bisherigen von Dennis Undaff. Der neue VfB-Stürmer, 27 Jahre alt, ist quasi das Paradebeispiel von unter dem Radar, wenn man seine bisherige Vita so anschaut. Er ging danach zum Braunschweig II, er war beim SV Meppen und erst dann wurde er von Union Saint-Gélois quasi entdeckt, einem belgischen Klub. Von dort ging es zu Brighton-Hoban Albion in die Premier League. In Belgien für Saint-Gélois wurde er mit 25 Toren Topscorer. In England bei Albion hat es nicht ganz so funktioniert, nur 5, 6 Pflichtspieltreffer. Interessant aber an dieser Vita ist, der Besitzer von Albion und auch von Saint-Gélois ist Tony Bloom, auch bekannt als The Lizard, ehemaliger Pokerspieler, jetzt Multimilliardär. Der Mann hat ein paar Euro auf dem Konto und er hält sich sozusagen als Hobby, Betätigungsfeld. Diese Fußballclubs, was er macht, ist ein interessanter Ansatz, denn er führt sie, was Scouting angeht, komplett datenbasiert. Viele kennen vielleicht Moneyball, das ist dieses Beispiel aus dem Baseball, gibt es auch einen Hollywood-Film dazu. Das Fußballbeispiel dazu ist Brighton-Hoban Albion oder Saint-Gélois. In Dänemark gibt es noch den Klub Midtjylland, die ähnlich arbeiten. Und so hat man Dennis Undorf quasi entdeckt, nämlich aufgrund von interessanter Daten, die in Datenbanken zu finden waren, kam er jetzt dahin, wo er hinkam. Jetzt ist er beim VfB und soll beweisen, dass diese Daten nicht lügen. Er ist als Stürmer eingeplant, eingekauft, ausgeliehen für eine Saison, moderate Leihgebühr plus Kaufoptionen für den VfB. Und viele fragen sich natürlich, ist das jetzt für oder mit Gerasil zu sehen? Stand jetzt, nach allem, was wir wissen, ist Cero Gerasil zwar nicht abgeneigt, wenn jemand kommt, aber noch ist niemand gekommen. Das heißt, Dennis Undorf und Cero Gerasil werden ein Sturm-Duo bilden. Man sieht es vielleicht schon jetzt am Wochenende in Sheffield, wenn der VfB dort zu seiner Generalprobe aufschlägt. Der Guineaer Gerasil und der deutsch-Türke Undorf, die wollen, können zusammen funktionieren, bieten unterschiedliche Profile. Gerasil ist eher der klassische Neuner-Zentrumsmann. Undorf kann die Neuner auch spielen, kann aber auch um die Neuner herum gut agieren, ist bullig, wuchtig, bringt sich Mannschaftslinien nicht ein, reißt Räume, also ein ähnliches Profil, wie auch beispielsweise Jong mitbringt, auch ein Labeling. Man hat da also beim VfB jetzt versucht, Spielermaterial dem Kader hinzuzufügen, das so ein bisschen diese offensive unausrechenbare Macht, variabler Macht. Und diesen Part soll Undorf auch mit übernehmen. Ob er in Sheffield schon spielt, wird sich weisen. Fakt ist, er ist jetzt VfB-Spieler, ist 27 Jahre alt und hat diesen Wechsel auch gemacht, weil er noch eine Chance hielt, sich für die deutsche Nationalmannschaft zu empfehlen. Die spielt letztes Jahr eine Europameisterschaft in Deutschland und darf wiederum, würde gerne dabei sein, hat schon mal leise Hoffnung gehegt und wird jetzt natürlich beim VfB-Spieler alles tun, um zu liefern, um dann vielleicht für Hansi Flick eine Option zu sein. Wir werden schauen in den nächsten kommenden Tagen und Wochen, ob das wirklich funktioniert. Pflichtspielstart des VfB Stuttgart ist schon am 12. August gegen die TSG Barling im DFB-Mokal, dann ganz sicher mit Dennis Undorf und spätestens dann werden wir sehen, ob das was wird mit dieser Zusammenarbeit Gerasi und Undorf. Bleibt gespannt.